Eigentlich bin ich ja nicht so der Büchertyp. Ich bin eher so der, wenn du's drauf anlegst, zeig ich dir, wo's lang geht, Typ. Lesen ist mir einfach zu leise. Irgendwann hab ich dann Elmquist Editions entdeckt. Die haben Sachen im Programm, die sind irgendwie anders. Echt geile Bücher. Aber seit ich die kenne, hab ich wieder angefangen zu lesen. Nicht andauernd, ist ja klar. Nicht in jeder freien Sekunde. Aber mal ehrlich, ich könnt mich dran gewöhnen. Nicht in jeder freien Sekunde. Ich bin innerọnd, aber noch einmal. Ich bin innerọnd, wenn ich Angst habe, ich bin innerer Weg. Ich bin innerer Weg. Ich bin innerer Weg. Aber das ist mein ganzes Gefühl. Ich bin innerer Weg.